Und ein Hammer... Diesen Hammer können wir doch sicherlich... Ähh... So ist das... Hätten ja auch die Diskette so drehen können... Und... BAM! BAM! Ähh... Die Höh... Also blaue Spitze ist böse... Die hat uns auch wieder vergiftet irgendwie... Und... Grüne Spritze beruhigt... Aaaaah... Drei Drogen... Huuuuii... Lunge... 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 Huch... Alles wird gut... Wir werden dich wieder zusammenfliegen... Alles wird gut... Oder auch nicht... Ich sehe absolut nichts... Das ist... Mit dem Brustkorb... Die Rippen öffnen... So... Und jetzt... Lunge 1... Komm raus... Ah... Ja... Die Lunge... Sie ist verschwunden... Deine Lunge... Deine Lunge... Jetzt noch die andere Lunge... Die brauchst du eh nicht... Ist eh hier scheiß Luft drinnen... Ich hab gefurzt... Oh... Komm... Die Lunge muss... Raus... Ja... So... Wo sind die Skalpels? Juuu... Ich bin Wolverine... So... Jetzt das... Rosane entfernen... Was ausschaut wie ein Magen... Huch... Wenn ich's denn mal gegriffen bekomm... Jetzt hab' ich... Ist immer noch... Fest... Blech... Warte... Das können wir ändern... Wolverine Power activated... Oh fuck... Ich hab' die Arterie getroffen... Jetzt schnell... Wo ist die grüne Spritze? Da ist die grüne Spritze... Jetzt... Huiii... Ab ich sie... Jetzt hoffen wir mal wirklich... Ah... Tatsache sie... Stopp die Blutung... Dann leg' ich die mal hier... Da drüben hin... Schön nahe in Reichweite... Ey... Was hab' ich denn jetzt gegriffen? Nach nix hab' ich gegriffen... Jetzt hab' ich denn... Glaub' ich den... Magen... Äh... Wir müssen das Herz lösen... Ey... Ich steck's immer wieder fest... Dann habt ihr das Kartell... Und spiel Wolverine... Mal schauen, ob wir jetzt den Magen rausbekommen... Mal schauen, ob wir jetzt den Magen rausbekommen... Äh... Der sitzt fest! Das geht doch nicht! Ne... Vorsicht... Ne... Ne... Der steckt fest! Und ich seh' hier auch nichts... Die ganze Operation... Åh... Wart mal... Ne... 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 Und hier das lösen, so, und da nochmal lösen, da lösen, und so, da lösen, wird schon irgendwie, es hat auch gehört zu schlagen. Jetzt, bis wir es nur noch da irgendwie rauskriegen, ich höre Geräusche, wir haben es, da ist es weggeflogen, da ist das neue Herz. Äh, ja, ja, schnapp es dir, und, nein, wir müssen es auch, rein, da, wo es hingehört. Ah, komm mir da raus, da gehörst du nicht hin, das ist super, weit in der Magengruppe. Du bist keine Leber, du bist ein Herz. Ich glaube, unser Herz hat Identitätsprobleme. Es will lieber eine Leber sein. Ja, ich hab's. Jetzt, geh rein. Warum klappt das nicht? Warte mal, ich räume hier drinnen ein bisschen auf. Kann man hier irgendwie die Magen noch besser entfernen. So, ja, alles freischneiden. Ja. Weg mit dem ollen Zeug, das braucht eh keiner mehr. Ja. Geschafft. Wir haben's geschafft, nach elf Minuten. Wurde ein Herz erfolgreich operiert. Jawohl. Äh, wir haben's fast, äh, fast ohne Probleme hinbekommen. Ich bin sofort wieder da. So, ich bin wieder da. Wir haben Patienten Bob sein Herz repariert. Oh. Äh. Bup. Bup. Telefon. Oh, wir haben eine neue Diskette. Gleich. Ich muss hier... Ah, scheiße. Gleich. Nee. Nee. Ja, es hat funktioniert. Nein, ich... ...will die Diskette. Ich geh nicht ans Telefon. Vergiss es. Oh. Oh. Was haben wir hinbekommen? Ah. 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 Das zeigt an, wo wir die Sachen durchschneiden müssen. Da. Da. Und da mussten wir den Magen zweimal durchschneiden. Ah. Was ist auf der anderen drauf? Ach, komm. Ja, bitte. Ja. Aha. Ja, ja. Äh. Bup. Äh. Gerade für Sende kann man auch nicht wechseln. Die Pillen. Meine Pillen. Ich bin Dr. House. Ich brauche meine Pillen. Meine Schmerztabletten. Meine Schmerztablette ist noch drin. Aufhören meinen Kaffee damit. Nein. Meine Pillen. Meine Uhr. Mein ganzer Schreibtisch. Naja. Dann sehen wir mal, was da auf der Odendiskette noch drauf ist. Äh. Ruf Trisha an. Schauen wir, ob wir das auch noch hinbekommen. Das barei. Ja. Äh. Ow. Ow. Das war's für heute. guck mal ein Videospiel ja Videospiele wo ist meine Hand? da ist meine Hand los jetzt spielen jetzt und wo ist die Tastatur? da ist die Tastatur ne kann man nix machen groß wir haben ein Videospiel gespielt in einem Videospiel äh jetzt gibt es noch die Archivements ne Stift geh weg so aha Gönnpranflation ich lese mir das alles nur durch äh 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 operationen äh äh Vielen Dank.